Entzieht der russische Oligarch Roman Abramowitsch seine Kunstsammlung und damit sein Vermögen den westlichen Sanktionen? Was bringt der Baugipfel und darf eine angehende Lehrerin im Nazi-TV moderieren? Das ist die Lage am Freitagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Johannes Schmidt. Knick im Rückgrat Vom bald 93-jährigen Schauspieler Armin Müller-Stahl stammt der schöne Satz, lieber einen Knick in der Karriere als einen im Rückgrat. Angewandt auf die Direktoren diverser Museen von Weltrang müssten sich heute viele in orthopädischer Behandlung befinden. Egal ob das New Yorker Guggenheim Museum, die Londoner Tate oder die Royal Academy. Allen gemein ist, dass sie jahrelang die Nähe zu russischen Oligarchen suchten und sich sowohl mit ihrer Kunst als auch mit ihrem Geld schmückten. Ganz vorn dabei unter den umgarnten Roman Abramowitsch, einer der reichsten Russen. Zum Firmennetz Abramowitschs gehörte die einst staatliche Ölfirma Sibneft. Allein durch den Verkauf seiner Sibneft-Anteile an Gazprom stieg sein Privatvermögen um 13 Milliarden Dollar. Dieses Vermögen steckte er in Yachten, Fußballclubs und eben Kunst. Erst als Russland im Februar 2022 die Ukraine überfiel, galt den Museen das Geld der Russen plötzlich als dreckig. Eine Spätererkenntnis. Das ist in etwa so, als würde man die Geschäfte eines Drogendealers erst dann verwerflich finden, wenn an seinen Drogen jemand stirbt. Am kommenden Montag findet im Kanzleramt ein sogenannter Wohnungsgipfel statt. Kanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geiwitz bei der SPD wollen sich zur Lage der Branche äußern. Anscheinend plant die Regierung weniger strenge Vorgaben für Neubauten. Außerdem ist ein neues Förderprogramm mit zinsgünstigen Baukrediten für Familien geplant. Die Regierung aus SPD, Grünen und FDP hatte zuletzt bereits bessere Abschreibungsmöglichkeiten beschlossen. Eigentlich gute Nachrichten, doch die Immobilienwirtschaft macht nicht mit. Zwei wichtige Verbände haben angekündigt, den Bündnistag für bezahlbares Wohnen zu boykottieren. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft, GdW, und der Eigentümerverband Haus & Grund werfen Bundeskanzler Olaf Scholz vor, eine in erster Linie öffentlichkeitswirksame Veranstaltung auszurichten. Irgendwie scheint es gerade en vogue zu sein, solche Gipfel zu boykottieren. Im Frühjahr wollte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP bei einem Bildungsgipfel die Probleme an den Schulen in Angriff nehmen. Doch von 16 Kultusministerinnen und Ministern kamen nur zwei. Diese Sorge muss Galwitz am Montag nicht haben. Länder wie Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland begrüßten in einer Erklärung die Veranstaltung. Vor kurzem veröffentlichte der Spiegel einen Text mit dem Titel Dein Lehrer, der Verschwörungstheoretiker. Darin wurde eine freie Schule in Niedersachsen beschrieben, die als Erfolgsprojekt gegen das Dorfsterben gilt. Doch der Schulgründer pflegt seit Jahren Kontakte zu Verschwörungsideologen und zieht die Schule in den Dunstkreis von Extremisten. In Brandenburg gibt es nun einen ähnlich gelagerten Fall. Elisa W. moderierte neben ihrer Ausbildung für das rechtsextreme Portal Kompakt TV, tauchte dort als Anna Schneider auf. Für die Moderation versteckte sie ihre blonden Haare unter einer dunklen Perücke, sie trug Brille. Die Themen waren alles andere als harmlos. In Videos soll sie das SED-Regime verklärt und über angeblich geheime Pläne einer jüdischen Organisation geraunt haben. Der Tagesspiegel brachte den Fall ins Rollen. Das Brandenburger Bildungsministerium machte bei der Causa keine gute Figur. Schon in den Sommerferien informierte der Verfassungsschutz über die Referendarin mit dem zweifelhaften Hintergrund. Das Ministerium reagierte aber erst nach der Berichterstattung und stellte die Frau frei. Was sonst noch wichtig ist? Staatsanwaltschaft will Le Pen wegen Veruntreuung anklagen. Es geht um die Jahre 2004 bis 2016. Der Front National soll EU-Gelder für Parteizwecke verwendet haben. Nun drängt die Pariser Staatsanwaltschaft auf einen Prozess, auch gegen Marine Le Pen. Russell Brand soll sich im Bürogebäude vor Frau entblößt haben. Mehrere Frauen haben Russell Brand des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Nun berichtet eine weitere mutmaßliche Betroffene von einem Vorfall aus dem Jahr 2008 in Los Angeles. Warum es rosafarbene Diamanten gibt Ein einziger Fundort in Australien hatte die Welt mit rosa Diamanten versorgt. Jetzt hat ein Forschungsthema herausgefunden, wie die begehrten Edelsteine zu ihrer Farbe kamen. Das könnte helfen, neue Vorkommen zu entdecken. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.